Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen Wall Bridge Glitch zeigen hier auf der neuen Karte. Und zwar müsst ihr hier vor diesem LKW, da wo der Reifen ist, dazwischen ein kleines bisschen Abstand nehmen und hochspringen. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann fallt ihr hier rein und ihr seid im LKW und die Zombies versammeln sich vor euch. Wenn ihr raus wollt Leute, müsst ihr einfach wieder rausrennen und ihr seid draußen. In diesem Glitch versammeln sich alle Zombies vor euch und ihr könnt hier perfekt auf Headshots gehen. Jedoch kriegt ihr hier Damage von den explodierenden Feuerzombies, den Piney Gun, der Bosszombie hittet euch auch und die Jünger, die können euch auch schaden. Also Leute, wenn ihr wirklich in High Rounds in diesem Glitch gehen wollt, dann würde ich euch empfehlen, holt euch alle Perks und die Wunderwaffe mit, weil ihr ja dann immer wieder Leben bekommt, wenn ihr die Zombies hier Messer hat. Das war es dann auch mit dem Glitch Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.